So, dann gehen wir mal das Laufgeschäft, Freitag der 13. Schaustellenanweis ich gerade nicht. Boah, wenn ich hier nicht reinfalle. Runde drehen, die Seile klettern, oder drunter durch, Boah, der Oberwett ist nicht mehr so gelenkig. So, Nebel. Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Boah, ich sehe gar 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 nichts. Ne, zwei, zwei, drei, zwei, drei. Das ist ja richtig gespenstisch hier drin. Oh ok dann haben wir es auch schon wieder geschafft ziemlich düster und unheimlich da drin das war's